So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evolent 2. Nachdem ich in der letzten Folge erfolgreich dargestellt habe, wie schlecht ich einfach in diesem Spiel bin, würde ich mal sagen, wir machen einfach weiter, oder? Diese Musik. Die ist so nervig wie das Genre. Das also passt schon irgendwie. Das also passt schon irgendwie. Mein in Deutsch. Das passt aber echt gut. Das ist irgendwie nervig. Ich sehe hier keine Zusatzstücke mehr. Dann, ähm, über sowas oder so. Achso, ne, aktuell muss ich mich noch nicht heilen. Das spreche ich mir mal später auf, wenn es wirklich notwendig wird. Das kann ich auch. Naja, jetzt könnte ich das aber zum Beispiel tun. Äh, zwei grüne Kustelle. Ein grüne Kustelle, einer unten nochmal einer. Ja, also hier. Nein, ich sehe nichts mit 4. Ich sehe aber gerade überhaupt nichts. Das ist übrigens nicht viel. Also überhaupt nichts kommt direkt nach... Achso, hier. Kommt direkt nach, nicht viel. Äh, vor, nicht viel. Ach, was weiß ich. Ich höre mir doch nicht zu. Gedanken drüber machen, ich möchte schon zweimal nicht. Ach, das geht wieder nicht. Yes. Dann halt so rum. Oh. Oh. Es ist schön, wenn ich ausnahmsweise mal die ganzen Zusatzzüge bekomme. Das passiert viel zu selten. Kann ich da noch Schaden damit machen, ist es noch viel besser. Das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Ich werde die Fähigkeit von Fina noch nicht verwenden. Dafür hat es hier zu wenig grüne Kristalle auf dem Feld oder was auch immer. Jetzt sieht es schon besser aus. Schade, da waren wir gerade eben noch 3 in einer Reihe. Jetzt sind es halt nur noch 2. Zwar entweder hier oder hier. Die Frage ist, bringt es mir irgendwas, das an einer bestimmten Stelle zu tun? Die oben fallen ja runter. Nein, ich glaube nicht. Ach, ich habe noch einen Zug von Xen jetzt. 3. Die 3 übrigens recht. Oder die 3. Endlos viele Möglichkeiten. Ja, ich bin bei die 3. Och, der Hammer ist ein blöder Heiltrank. Ich kriege die Krise. 2 Grüne, 3 Grüne. Wer damit? 2 Grüne, 3 Grüne, 3 Grüne. Und wer damit will? 2 Grüne, 3 Grüne. 3 Grüne, 3 Grüne, 4 Grüne. 3 Grüne, 4 Grüne, 4 Grüne. 3 Grüne, 3 Grüne. 3 Grüne, 4 Grüne, 4 Grüne. Oh, wie ist das hier? durch habe. Keine Be- Oh, okay. Auch nicht schlecht. Ja, das hat natürlich nichts gebracht. Verdammt. Das geht natürlich wieder nicht. Ah. Schön. Ja, und jetzt? Oh, ich höre mein Handy leise im Hintergrund. Also, nicht direkt das Handy, sondern mehr so die Netzgeräusche. Was heißt Netzgeräusche? Die Funksignale. So, das, was ich gesucht habe. Ach, ich habe hier die ganzen... Ja, darf ich bitte wieder? Hallo. Danke. Ein bisschen Schaden? Ich glaube, ich könnte ja einiges an Schaden fokussieren. Allerdings, bei der Heilung geht es auch nicht schlecht. Zwei, zwei, zwei. Uh, drei. Wow. Ich bin sowas von tot. Doch nicht? Oh. Das kommt aber gleich. Achso, ich habe hier nochmal nichts sehen. Den vergisst man immer so leicht. Ja, ich bin hier aber echt gleich tot. Also gut, Spiel, wenn du das sagst. Jetzt bin ich aber tot. Nein? Ach, komm schon. Das macht mich so spannend. Das wird ja doch wieder auf dasselbe Ergebnis, wie wir das mal rauslaufen. Und wenn ich das jetzt tot bin. Ich bin echt schlecht. Ich glaube, ich packe das jetzt echt alles... Nein. Alles in eine Folge. Das wollte ich doch eh nicht. Äh, und... Was wollte ich jetzt sagen? Ich packe das alles in eine Folge und, ähm... Vielleicht. Vielleicht bin ich auch zu faul dafür. Ich packe das jetzt alles in eine Folge. Und spule das dann einfach vor. In eine irgendwie dreihauer Geschwindigkeit oder so. Falls ich nicht zu faul dafür bin. Was ich... Schon vermute. Ich kenne mich nämlich. Ziemlich gut sogar. Ich würde mal behaupten, besser als irgendwer sonst. Oh, komm schon. So kann ich die eigentlich nicht schräg verschieben. Schade. Ah, ich bin jetzt gebraucht. Oh... Oh... Was brauche ich denn? Was Gelbes wäre nicht schlecht gewesen. Ich habe aber auch irgendwie Pech. Oder ich spiele einfach wirklich schlecht. Vermutlich eine Mischung aus beiden. Ich kriege ja nichts Gelbes zusammen. Und auch nichts Blaues, wie es aussieht. Das Spiel mag mich einfach nicht sonderlich. Das ist vielleicht gar nicht so doof. Irgendwo 4? Hm... Sieht jetzt gerade so aus. Na gut, dann hat ein bisschen Schaden. Ich muss die Fähigkeit einfrieren. Warum macht der so viel Schaden? Ja. Nein, wo? Moment. Wenn ich... Nee. Also hier kriege ich kein rotes Gedöns da rein. Kein rotes Jubel. Hier kriege ich keinen Geldhaufen rein. Gar nichts Grünes. Ich glaube, das war's. Na gut, was brauche ich denn? Blau wäre nicht schlecht. Nein, dann gelb. Nein, dann gelb. Die Fähigkeit. Dann gelb. Basis orientiert. Dann gelb. Das geht doch. Klar. Ich würde mich für die Fähigkeit ... Die Fähigkeit nicht und die Fähigkeit nicht sehen. Nein, dann geht doch. Wir müssen dann hoch und gehen. In Ach, das weiß ich. Holy shit, da ist eine Menge eingefroren. Jetzt bin ich tot. Ich suche mir jetzt einen anderen Gegner. Ich hab keinen Bock mehr auf den. Der ist mir zu gut. So, was hat der denn für Fähigkeiten? Er braucht Mana einer zufälligen Farbe und bewirkt den doppelten Schaden. Ach, warum? Immer dieser Schaden. Die haben doch alle einen Schaden. Ach, 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 schlechte Wortspiele. Vor allem lauter Verzweiflung. Wobei, weil lauter Verzweiflung würde bedeuten, dass ich auch manchmal gute Wortspiele von mir gebe. Das kann eigentlich auch nicht sein, oder? Uh, viel Schaden. Wie nett. So, was machen wir doch gerade nochmal. Uh, der Zug war ganz in Ordnung. Ein bisschen Heilung. Drei. Und ganz unten gibt's auch nochmal drei. Bringt mir das hier irgendwas? Ähm. Auf den ersten Blick nicht. Und hier, äh, gut. Und ganz unten sowieso nicht. Also dann. Äh, wo war ich jetzt? Vier. Drei. Ja, verdammt. Nein, keine vier möglich, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Ja, schade. Ja, schade. Irgendwie... Bin ich blind? Kann ich ja mal irgendwas aufleuchten? Da oben. Danke. Ja, von mir aus. Ich bin ja nie. Das ist aber immer ein Zusatzzug. Wie nett. Ja, das wäre jetzt nicht so toll. Dann lieber hier. Ach so, ich hab ja... So, dann X-ray. Rote. Drei rote. Hier gibt's auch drei rote. Trink mir das hier noch so ruhig was. Ähm. Ich seh jetzt grad nichts. Aber das... Muss ja nicht bedeuten. Nein, bringt's nicht. Ganz oben hätte ich sowieso nicht planen können. Da wusste ich ja nicht, was runterkommt. Ich glaube, das wird eine echt langweilige Folge. In der ich vor allem nicht weiß, was ich tun soll. Ich hab mir noch Exempore. Ja, komm schon. So. Rot. Drei rote. Irgendwo mehr? Fühlt nicht so aus. Doch, so vier. Ach, komm schon. Was brauche ich denn für Fina? Ja. Geht nicht, wie's aussieht. Irgendwo noch in der Theorie vier möglich? Ja. Nicht wirklich. Na gut, irgendwo Schaden möglich? Auch nicht wirklich. Was ging die zwei denn? Achso, deshalb. Tja. Verdammt. Da war Schaden möglich. Aber ich glaube, erst seit eben. Na ja, gut. Das war immerhin das knappste Ergebnis bisher. Weil das jetzt nicht unbedingt für mich spricht, aber immerhin gegen den Gegner. Ja. Achso. Geht ja nicht. Ähm. So, zehn Schaden sind wir noch mal gut. Ach, kommt schon. Ja gut, jetzt wird der da unten jetzt nicht. Okay. Gut, er wird nicht. Dann werde ich halt. Hui. Der ist super nett. Und da kriege ich wieder vier rote zusammen. Oh, komm schon. Gelbes. Das war doch nett. So, auf jeden Fall die Fähigkeit einfrieren. Okay. Ich seh wieder nirgendwo vier. Schade. Ähm. Was rotes. Oder was blaues. Und was grünes kann auch noch nicht schaden. Noch mehr was grünes. Hm, nett. Heilung oder einfrieren? Ich friere jetzt erstmal rein. Achso. Dann reichen die blauen natürlich nicht mehr. Mist. Mist, Mist, Mist. Leggo vier. Ah, nicht wirklich. Oh. Weg damit. Oh mein Gott. Ich habe einen Gegner besiegt. Ich kann das kaum glauben. Ich wurde geschlagen. Ins Gesicht. Wie schlimm. Unmöglich. Ich bin Olaf. So wie alle anderen hier. Außer unser Häuptling. Der heißt Günther. Oh Mann. Ähm. Das sieht ja bisher ganz gut aus. Okay. 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 Ich bin mir sicher. Und nicht. Oh. Neue Mission ist immer gut. Da kommt meist von Spanys bei raus. Oder auch nicht. Schade. Verdammt. Geh bitte! Was macht das? Kompass hat 8 Schaden, plus 2 Pro Rodum... Ach Gott! Und verwandeln blaue Juwelen in rote Juwelen? Das ist ziemlich nützlich, glaube ich. Hm... Hm, nein. Schade. Hier auch nicht wirklich. Ach... Ach komm schon, das ist doch gemein. Dann halt so. Aber ich habe das Gefühl, das ist nicht der schlimmste Gegner von allen. Der ist, glaube ich, auch machbar. Hauptsächlich, weil er nicht so viel Lebensenergie hat, oder? Ich glaube, die anderen hatten mehr. Aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr. Ähm, hier. Wie nett. Hier auch. Ähm... Hier. Das sind schon viele Zusatzzüge diesmal. Noch was? Ich glaube nicht. Na gut, dann ähm... Was blinkt denn mir da oben entgegen? Das hier. Ja, warum nicht? Das war auch ein schöner Zug. So, rote Juwelen. Drei. 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 Gibt mir das was? Nicht direkt. Da ist da... Ähm... Auch nicht möglich, glaube ich. Ah doch. War nicht schlecht. Ja, ist ja gut. Wie war es mit einer Heilung? Uh, da sind die Rote. Ich habe ihn gleich besiegt. Lass mich, ich will. Darf ich? Bitte. Bitte, danke. Ich habe ihn besiegt. Nummer 3 von 6, oder? Jawohl. Olaf hat uns falsch eingeschätzt. Oh, nein. Nein, nein, nein. Ich kämpfe nicht nochmal mit dir. Wie sieht es denn mit dir aus? Was hat der denn für Fähigkeiten? Ändert die Farbe des Juwels. Welches Juwels? Zerstört Angriffstirbeln und verursacht den entsprechenden Schaden. Okay, das ist, glaube ich, wirklich mies. Ähm, ja. Dann Hier. Und... Noch was? Nein, nicht wirklich, glaube ich. Ist aber auch nicht schlecht. Ach, komm schon. Ähm... 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 Manchmal sehe ich, glaube ich, die total offensichtigen Dinge nicht dafür. Habe ich einfach Glück mit meinem Zug. Das habe ich aber gesehen. Achso, was brauche ich denn überhaupt? Vielleicht soll ich mal darauf achten. Ja, was rotes oder was blaues oder was grünes. Ist gerade egal. Ich kann alles gebrauchen. Ähm... Auch schön. Na dann... Nehme ich halt... Was ich kriegen kann. So, brauche ich Heilung? Nein. Schaden kann ich nicht raus, sondern zwei. Hier sind zwei. Klammerz, zwei wird nicht drin sein, oder? Oh, der ist ja gleich besiegt. Ja, sowas. Hoppla, wie habe ich das denn gemacht? Naja, Mist. Oh, oh. Unschön. Drei? Äh... Ja, drei. So, und jetzt noch einmal ein wenig Schaden. Falls ich das noch irgendwann hinbekomme. Aktuell wird das allerdings eher nichts. Ah, sehr schön. Und weg. Yay, 4 von 6. Wer seid ihr überhaupt? Jaja, ich bin halt Super Mario. Der ist halt super. Gott, was ist der denn? Der zerstört blaue Juwelen und hat zwei LP pro zerstörter Juwel. Die haben es echt nicht so mit... 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 umlauten hier in... in dem Text da unten. Moment, was habe ich jetzt eigentlich vorgelesen? Der zerstört blaue Juwelen und hat zwei LP pro... Okay, das ist... Äh, ja. Der zerstört zwei Spalten. Das sind Spalten. Der zerstört drei Schaden pro eingefrorenem Juwel. Achso, äh, das sind... Ja, Spalten. Ja. Ich bin einfach ein bisschen blöd. Da ist er drei Schaden pro eingefroren im Juwel. Okay. Nein, ich will den Kampf nicht verlassen. Spiel. Macht auch sowas nicht immer. Achso, ja. Tatsache, das Spiel bin es mir schon entgegen. Quasi. Aber irgendwie ist es ja bisher nicht so wahnsinnig unmöglich. Nein. Jetzt wollte ich mich gerade heilen, aber jetzt gibt es natürlich kaum noch was zum Heilen. Ja, wirst du... Ach, komm schon. Da oben drei. Zwei. 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 Na, dann nehme ich doch die drei. Ach, komm schon. So ein Assi. Ich sehe wieder keine vier. Schade. Ich bin, glaube ich, tot. Jawohl. Gibt es jetzt zufällig noch einen, der rumsteht und nichts zu tun hat? Ne, mit dem da oben habe ich alles schon gekämpft. Gibt es unten noch einen? Mit dir habe ich gekämpft? In den Häusern eigentlich? Kämpfen die mit? Nur mal so in der Reserver. Nein. Ja, lass mich wieder raus. Danke. Ich weiß übrigens, dass wir schon bei 32 Minuten sind, aber ich ziehe das jetzt einfach in den Part durch. Ah, da steht noch einer. Das wäre vielleicht keiner der. Sie hat sechs Juwelen auf dem Tret ein und zerstört eingefrorene Juwelen und verrissert zwei Schaden pro zerstörtem Juwel. Ich sehe keine vier. Ja, da. Danke, Spiel. Danke, Spiel. Ja, ich bin manchmal blind. Oh, dazu gar nicht schlecht. Kann ich hier irgendwie... Naja. Ich bin übrigens wieder sehr gesprächig gerade. In Wahrheit versuche ich aber einfach nicht zu übersehen, was schwer genug ist. Und wahrscheinlich sowieso nicht klappt. Diese Versubi ist überhaupt... Naja. Ne. Lieber Kristalle als Geld. Damit kann ich mich immerhin wieder heilen. Zum Beispiel da oben dann. Blau oder Gelb. Ne, ich meine... Blau oder... Rot. Oder Gelb. Ne, Gelb nicht. Blau oder Rot. Oh Mann. Drei. Ach, verdammt. Das macht immer so wahnsinnig viel Schaden. Das ist voll unfair. Keine Zusätze zugemacht. Ich sehe zumindest gerade keiner. Okay, ich bin... Nein? Achso. Grün. Zwei grüne. Auch zwei grüne. Jetzt bin ich tot. Aber es war knapp. Das muss man sagen. Immerhin. Wesens ein Trost. Drei. Äh, vier. Zählen kann ich auch nicht mehr. Ja, da macht er ein bisschen Schaden. Oh Mann. Was ist das? Nicht... Okay. Ah, jetzt hat er. Die Gegner sind einfach zu gut. Das ist die einzige logische Erklärung dafür, dass ich ihn mal verliere. Verdammt. Das hätte ich auch alles vorher sehen können. Ich hab's aber nicht. Hm. 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 Okay. 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 Ja, ist ja gut. Drei. Drei. Ja, brauche ich nicht. Noch mal drei. Hauptsache ein bisschen Schaden reinhauen. Da krieg ich irgendwo... Moment, hat erst... Ah, da gibt's noch einen Zusatzzug. Das ist immer gut. Erstmal so wie nach Zusatzzügen. Nur nach Zusatzzügen, bevor ich Fähigkeiten verwende. Das ist, glaube ich... Das sollte ich mir mal merken. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Und jetzt zähle ich aber keine mehr. Achso, ich kann ihn einfach besiegen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ha. Na endlich. So, einen noch. Da war ich schon. Was war das? War das ein Laden? Das war doch der Laden, oder? In dem ich noch nichts kaufen durfte. Ah, ich kann mittlerweile. Ich ging auch schon nach Angriff. Minus vier. Verteidigung plus zwei. Okay, dann kaufe ich doch einfach die Rüstung. Optimal für lange Winternächte. Nicht ganz so ideal für eine Verabredung am Strand. Und Verteidigung plus zwei. Endlich etwas Bequemes. So, ich kaufe mir das auch noch. Halt. Die kann man nicht... Nein, die Schreibung kann man vorher nicht lesen. Eine Axt hätte etwas Abwechslung gebracht. Aber seht euch bloß dieses hübsch... Dieses hübsch gerenderte Schwert an. Die Grafikabteilung hatte einen faulen Tag. Wow. Spiel. Schon wieder. Ähm. Ach, der ist das automatisch das Beste aus? Rollkundgürtel? Ja, wie es aussieht, rüstet er automatisch das Beste aus. Na gut. Wie praktisch. Achso, bekomme ich jetzt eigentlich auch in den Matches hier weniger Schaden? Wen habe ich denn jetzt noch nicht gekämpft? Oder wen habe ich denn... Der da. Hm, okay. Okay. Irgendwo vier. Ne, sieht nicht danach aus. Aber ein bisschen Schaden ist auch in Ordnung. Wow. 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 Darf ich heute auch noch irgendwann? Ich glaube nicht. Nein. 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 Ja, danke. Ich glaube, ich fange einfach nochmal von vorne an. Das war ja assi. Da konnte ich vor allem nichts machen. Nein. 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 Però wir müssen auch noch eine kleine Karte nutzen. Irgendwo 4? Nein, sie zählen ja nicht. Äh, dann glaube ich nicht. Ach, ich zähle wieder Geld. Ich wollte kein Geld. Geld ist doch ziemlich nutzlos. Oh, jetzt geht das wieder los. Ah, tatsächlich nicht. Hm, eine Heilung wäre nicht schlecht. Ja, das habe ich jetzt nicht so gemeint. Noch eine Heilung? Okay. Hm, ich sehe nichts. Ähm, ja, so. Ach, verdammt. Hey, ich darf wieder. Ist aber irgendwo vier, ich glaube nicht. Hey, ein Zusatzzug, den habe ich nicht kommen sehen. Okay, okay, ich habe es gleich. Noch ein bisschen Schaden. Das reicht nicht, oder? Ja, verdammt. Einmal machen. Ich darf ihn bloß nicht vorher umsingen lassen. Das wäre jetzt bitter. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ach, doch. Ah, geschafft. Oh mein Gott, ich kann es kaum glauben. Es hat jetzt nur eine Dreiviertelstunde gedauert. Ich habe mich auch im Bau unterschätzt. Ich gebe mich geschlagen. Na, endlich. Okay, wir haben alle. Dann würde ich mal sagen, wir kämpfen in der nächsten Folge. Nein, wir verlieren in der nächsten Folge zehnmal gegen den Häuptling. Also, Günther. Bis dahin. Tschüss.